Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sheltered. Hier in unserem geschützten Bunker geht es voran, drei Etagen, alles super und auch auf Expeditionen läuft es gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, es gibt hier so viele schöne Sachen, die wir mitnehmen können, dass wir uns langsam immer mehr entscheiden müssen, was man so mal zurücklässt. Also eine Blaupause, einen Bauplan für einen Mega-Rucksack wäre nochmal geil. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Falls ja, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, das wäre richtig nice. Irgendwie so ein Rucksack mit 30 Slots oder so, nimmst du zwei mit, hast du 60 Slots. Wenn das Wohnmobil schon so versagt in dem Zusammenhang, also Schaltplatten haben wir gesagt, brauchen wir nicht. Stattdessen vielleicht hier noch so einen Schalter oder auch eine Feder. Wenn wir uns nochmal so ein Bett bauen wollen, brauchen wir auch eine Feder. Ein schickes Superbett. So, ich denke, nee, Klebstreifen geht nicht. Ich denke, das war's. Warte mal, hier, Eimer geht noch. Auf dem letzten Drücker noch den Eimer entdeckt. Und das Ding läuft immer noch so unglaublich. Unglaubbar. Wieso geht die da unten hin zum Trinken? Hier oben ist auch was. Naja. Buchlesen und Übertragung annehmen. Wir wollen natürlich die Tankstelle durchsuchen. Was auch immer uns da erwartet. Wir können gespannt sein. Vielleicht gibt es da ja auch mal ein paar Autoreifen. Wir brauchen nur noch einen einzigen. Einen einzigen, habe ich mir gemerkt. Ja. Einen einzigen Autoreifen. Sonst brauchen wir nichts an Autoteilen. Und wir müssen hier mal gucken, ob unser Lager... Doch, da ist noch Platz. Das passt schon. So. Ja, ruhig mal reparieren. Trainieren. Große Tankstelle. Naja. Da sind natürlich wieder Leute, die da rumlungern. Wie das so ist an Tankstellen. Spät abends an Tankstellen kann es mal gefährlich werden. Aber es ist ja noch Tag, sehe ich hier. Noch gar nicht dunkel. Und die sind ja mit dem Vorschlaghammer. Aber wir haben zwei Pistolen. Und zum Glück auch die richtige Munition dabei. Gucken wir mal. Wir wählen mal die Melissa aus und gehen mal auf Handeln. So sieht es aus. Also. Wir würden uns für die Drähte interessieren. Für die Sicherung interessieren. Und für den Kunststoff interessieren. Und würden mal so einen Brennstoff ruhig raushauen. Und natürlich. Du hast dir da ein paar nette Sachen gesichert. Gut verhandelt, Boss. Boss klingt sehr, sehr gut. Tipp. Top 1a. Passt. Und jetzt können wir uns die Tankstellen noch angucken. Ne, jetzt müssen wir erstmal hier fremde Leute beim Blumenhändler anquatschen. Das kann ja was werden. Oh Mann. Alp nackt rennt der Matthew hier rum. Schon mal was von Strahlenvergiftung gehört? Naja. Deborah. Oder Scott. Wir wählen mal Scott. Wählen Handeln. Okay. Wir würden gerne nehmen wollen den Laptop. Und vielleicht auch. Ne, das war es eigentlich. Wir brauchen eigentlich nur den Laptop. Der Laptop. Das Laptop. Wie heißt es denn richtig? Ich weiß es nicht. Jo. Und was hauen wir dafür raus? Ein Holz. Oder eine Nahrung. Nahrung kriegen wir eh nochmal. 65 Milliarden Mal. Ja, so machen wir das mal. Ja. War okay. Können wir mit Leben. Aber keine Nahrung hier. Verrückt. Das geht auch nicht. Ah ja. Radio geht. Ich glaube die Eimer machen wir noch voll. Hier haben wir noch ein Holz. Klebestreifen geht nicht. Na gut. Ja, habe ich schon dreimal probiert. Ich dachte ich probiere es nochmal ein viertes Mal. Und dafür den Schaufensterpuppenarm noch bekommen. Na gut. Hat sich doch gelohnt. So. Wie sieht es denn aus? Wir füllen mal dem Bello hier ein bisschen was auf. Gehen hier nochmal ein bisschen spielen. Nahrung ist da. Brennstoff ist da. Hier oben gibt es übrigens auch eine praktische Übersicht. Muss man das nicht alles einzeln durchgehen. Oh, hier guckt man noch den Fernseher. Nehmen wir auf jeden Fall mit Leder. Ah, ABC-Schutzmaske muss mit, Freunde. Das ist überhaupt keine Frage. Kunststoff natürlich auch. Metall. Warte mal. Das muss raus. Metall muss rein. Und wir hauen das natürlich raus. Und nehmen die ABC-Schutzmaske mit. Linsen hat man mit denen nicht. Aber Federn auch nicht. War der andere Trupp gewesen. Ähm, jo. Nehmen wir uns noch Federn mit. Lassen wir einen Brennstoff hier. Nehmen Federn mit. Oder nehmen wir uns so einen 5er Brennstoff mit. Oh, Ventil ist vor allen Dingen wichtig. Das ist wichtig. Brauchen wir irgendwie zum Aufrüsten. Ach, wir können das Buch hier lassen. Und dann könnten wir die Feder mitnehmen. Was denn müde? Verrückt. Okay, wollen wir mal den Ort durchsuchen. Ich glaube, wir müssten hier oben auch dann bei Gelegenheit nochmal wieder ein bisschen was reparieren gehen. Oh, Alter. Jetzt gibt es wahrscheinlich den Bug, dass die nicht mehr aufhört zu recyceln. Dann kann man sie gar nicht mehr verwenden. Auch schön. Ja. Hände ich jetzt auch mal eine Idee. Warum denn nicht? Ne? Ja, Vorspulen bringt einfach fast nichts. Weil wir ständig hier gefordert werden, irgendwas zu machen. Warum geht das nicht? Ach, man kann nur 4 nehmen. Jaja, das ist ja mit diesen komischen Totenköpfen hier. Schaufensterpuppenköpfe kann man auch nur 4 nehmen. Wahrscheinlich verbrannte Kleidung auch nur 4. Schaufensterpuppenarm auch nur 4. Soll uns aber auch reichen, ehrlich gesagt. Ich meine, ist ja schon ein bisschen spooky. Ich fände ja auch cool, wenn man die zusammenbauen könnte und sich hier irgendwo in die Ecke stellt. So, du ziehst dir mal bitte einen Anzug an. Sie ist wahrscheinlich müde. Oh ja, jetzt kommt schwarzer Ring. Ne. Seil. Warum geht das nicht? Nagel geht. Das Radio geht noch. Äh, Shotgun Muni. Ja, Shotgun Muni wäre natürlich auch keine schlechte Idee. Das machen wir mal so und so. Und Seil, haben wir ja gelernt, ist auch nicht schlecht. Haben wir aber ganz schön 4. Aber statt Nylon lieber 4 Seil. Weil wir kriegen aus einem Nylon, aus einem Seil glaube ich 2 Nylon. Also Seil ist auf jeden Fall besser als Nylon. So sollte das passen. Jo. Oh oh. Und die Kontamination steigt und steigt und steigt. Kleiner Schrottplatz. Schrottplatz ist immer gut. Vielleicht gibt es ja mal einen. Oh nein. Natürlich falsch. Schrottplatz ist immer gut. Vielleicht gibt es ja mal einen Autoreifen noch. Wir gucken uns das Ganze mal schnell an. Flughafen. Jo, da wird wahrscheinlich viel Brennstoff rumliegen. Sonst wahrscheinlich nicht viel spannende Sachen. Aber wir lassen uns natürlich überraschen. Gucken uns jetzt erstmal den Schrottplatz an. Da ist der eine Reifen, den wir noch brauchen. Metall. Das und das. Nägel. Klebestreifen. Good night. So, der eine Reifen. Jo. Was lassen wir denn dafür mal hier? 2 Valium. Ja, komm. 2 Valium für den einen Reifen. Ich denke, das ist kein schlechtes Geschäft. Das können wir wieder voll machen. So, und das war's. Verrücktes Ding. Da ist das Wohnmobil fertig. Hä? Nun einmal müssen wir damit auch mal fahren, oder? Den Wohnmobil. Die haben sonst auch ziemlich viele coole Sachen. Die haben zwei ABC-Schutzmasken oder Gasmasken. Wie auch immer. Ja. Ja, wir gucken noch mal. Wir gucken noch mal, wo es ihn noch hinführt. Er repariert hier erstmal. Lass uns mal gucken. Hier, die Dusche. Habe ich doch gerade. Sauerstofffilter wird gemacht. Genau, die Dusche müsste noch mal. Das war's dann aber. Die beiden Filter und die effiziente Dusche. Könnte mal repariert werden. Ein Haus entdeckt. Na gut. So, du bist... Ach, guck mal. Sie ist auch fertig hier mit Toilettengang. Dann könnte sie doch mal das Ding hier reparieren. Tipptopp. Naja. Lukehafen. Okay. Oh, ABC-Schutzmasken ist natürlich cool. Lappi wäre ganz geil. Geht nicht. Scharnier nehmen wir mit. Schrotthaufen haben wir auch noch. Okay. Äh, Nylon nicht unbedingt. Bewährungsstab brauchen wir auch nicht unbedingt. Aber das kann hier bleiben. Und dann suchen wir uns noch mal was Schönes aus. Zum Beispiel den Laptop. Eimer hatten wir hier mit der Gruppe. Nein, keine Eimer. Hehehe. Zement noch mal voll machen. Ja. Dann haben wir aber auch erstmal genug an Zement. Bewährungsstab. Rechte Metall. Hier haben wir so ein Metall. Schalter, Motor, ja. Sind aber auch Teile. Die findet man wenig. Kann man sich aber nicht selber recyceln. Würde ich deswegen drin lassen wollen. Ähm, jo. Club, so passt das. Okay. Bestätigen. Wunderbar. Tippitoppi. Was kannst du mal machen, Kleiner? Hier mal reparieren. Die Betten. Jetzt kommen bald müde Leute hier wieder zu uns. So. Ach hier, Radio. Warte mal. Ne, haben wir nicht, ne? Doch. Wo haben wir es denn? Hä? Ah. Ah, geil. Cool. Schaufensterpuppenarm. Nein, geht nicht. Maximal vier. Oh, wie oft denn noch? Mann, 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 Mann. Cool. Ja, komm mal hier. Reparieren, trainieren. Das Übliche. Da merkt man schon, ne? Kein Licht dauert es ein bisschen länger da. So. Eine Feuerwache. Okay. Feuerwache kann gut sein. Muss sie aber nicht. Großes Haus. Deborah. So, und wir leveln die mal ein bisschen ab. Oh, die Kontamination steigt natürlich. Ja, ich habe schon tausendmal geguckt. Es fehlt ein Ventil. Aber das haben die ja jetzt auch gleich. Bis jetzt habe ich noch kein Fleisch gefunden, ne? Was man irgendwie kühl lagern muss. Nahrungsmittel technisch. Wo soll denn das sein? Nahrung, mit der Nahrung bekämpft wird. Nahrungsration? Ja. Verstehe ich nicht. Äh, angeblich soll es irgendwie Rare Meat oder sowas geben. Also, Frischfleisch. Ähm. Haben die denn hier so viele Sachen, dass wir hier nichts mitnehmen können? Lauter Recycling-Stuff, ne? ABC-Schutzmasken haben die auch. Und das eine dringend benötigte Ventil hat die Gruppe mit der Deborah auch dabei. Alter, Falter. Großes Haus. Okay. Gummi ist gut. Blühbirne ist gut. Seil. Passt natürlich auch. Haben wir Farbe hier? Ne, haben wir nicht. Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig, Freunde. Farbe ist nicht so wichtig. Okay, aber wir konnten noch ein bisschen was mitnehmen. Ist doch gut. Tip top. Jawohl. Wie viel Holz haben wir denn im Lager? Oh, haufenweise. Und hier kommt wieder Mr. Rollerblade Melissa. Okay. Bürokomplex. Mal schauen. Da gibt es ja auch immer mal ein paar Überraschungen, die man da findet. Muss man einfach mal so sagen. Große Tankstelle. Könnte auch noch eine zweite Spielkiste natürlich bauen. Hä? Dann könnten die Kinder parallel mal spielen. Aber er könnte auch einfach ein bisschen was putzen. Geht nicht. Hier mal reparieren, Kollege. Oh, guck mal. Hier wird das jetzt angezeigt. Da. Dass man es auch gar nicht übersieht. Ich glaube nämlich, die werden auch sauer, wenn man nicht antwortet. Wenn da drin noch jemand am Leben ist, hätte ich ein paar nette Sachen anzubieten. Lust auf einen kleinen Deal. Na, selbstverständlich. Oh, vier Ventil. Die nehmen wir uns mit. Wolle geht auch immer gut. Rohr ist auch super. Und die Schalter nehmen wir uns auch mit. Das ist ja mal richtig geil. Ja, wir würden noch zwei Holz nehmen. Ach, komm. Wir würden auch alles Holz nehmen. Oder alles Nylon. Naja, Nylon haben wir viel. Holz brauchen wir zum Bauen von irgendwelchen Sachen. Was wir dann demnächst mal machen. Oh, Glühbirnen ist auch cool. Dann nehmen wir die noch mit. Und geben natürlich gerne, gerne von unserem kontaminierten Wasser ein bisschen was ab. Ja, so schafft man sich die Konkurrenz vom Hals. Naja, komm, wir haben so viel Wasser. Durch unser geiles Regenfass da. Ja, das ist doch cool. Jo. Jo. Haben wir jetzt gehandelt? Ist das jetzt fertig? Äh, das war jetzt nicht so spannend. Vielleicht den Stab statt Schaufensterpuppenarm. Der bringt wenigstens Metall. Mal gucken. Äh, ja gut, Kollege. Dann zieh dir mal wieder den Schutzanzug an. Und dann wird hier oben aber mal... Oh, er hat das vollständige Charisma-Potenzial erreicht. Das ist ja verrückt. Richtig geil. Sehr gut mal aufgerüstet hier. Große Tankstelle. Okay. Leder wäre cool. Holz nehmen wir natürlich mit. Wolle. Geht nicht. Das eine Ventil hatten die nicht. Glühbirne ist noch ganz nett. Kunststoff wäre gut. Wir haben so viel Kunststoff mittlerweile. Nagel. Geht. Aber Wolle... Wolle, Wolle, Wolle. Wolle für... Ne. Ne, ne. Das passt schon. Ist schon okay. Aber ein Ventil... Ich meine, wir haben jetzt Ventile. Aber die brauchen wir auch immer so oft, ne. Ich doch lieber... Wolle. Naja, Wolle kriegen wir aus den Klamotten. Wir recyceln ja auch schon seit 65 Milliarden Folgen Wolle. Wenn die denn mal fertig werden würde... Wäre das natürlich ganz cool. Dann lassen wir die Linsen hier, Freunde. Und nehmen wir uns die Wolle mit. Ja. Wolle kann man immer gebrauchen. So. Er zieht sich jetzt mal schick was an. Das Ding wird immer noch verwendet. Ich werde bekloppt. Wo will er denn jetzt hin, Kollege? Du sollst hier mal was aufrüsten. Und zwar hier. Dekontamination. Ja, das ist wichtig. Das ist einfach wichtig. Und ich habe immer noch kein... komisches Fleisch gefunden. Ötland. Das ist nur einer. Gar kein Problem. Wir sind natürlich auch ein bisschen leichtsinnig, dass wir uns nicht mal so Granaten mitnehmen. Weil es kann ja immer mal so eine Vierergruppe geben. Aber naja. Holz würden wir nehmen. Und wir würden eigentlich auch das Seil nehmen wollen. Und würden ihm dafür geben, was geben wir ihm dafür? Mal einen Happen zu essen? Ja. Tipptopp. Na klar. Machen wir so. Bumm. Und der Scott. Ohne Bücher zu lesen, steigt der im Charisma ins Unermessliche. Unglaublich. So, er rüstet das Ding jetzt auf. Oh, Leute. Die braucht ja... Ist ja verrückt. Wie, ist er schon fertig mit aufrüsten? Oder was? Tatsächlich. Oh, guckt mal. Hier mit Metall könnten wir das nochmal erhöhen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn der schon mal hier oben ist, kann er auch gleich nochmal eine Reparationsrunde machen. Oh, Schrottplatz. Da müssen wir nochmal gucken. Ei, 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 ei. Es ist nur einer. Es ist nur einer. Die Vierergruppen sind weniger geworden, glaube ich. So, gefühlt. Wir nehmen mal Margaret. Kann nicht lange bleiben, aber vielleicht komme ich ins Geschäft, bevor ich gehen muss. Ja, von dem brauchen wir eigentlich nichts. Wir würden den Schalter nehmen. Nylon haben wir hier auch nicht im Stack. Also, das wäre echt nur der Schalter. Und dafür hier ein bisschen mehr zu essen, Kollege. Ja, das ist okay. Ist okay. Mal gucken, was es jetzt noch gibt. Beim Schrottplatz. Ja, hier Autoteile. Die brauchen wir aber nicht. Hä? Nagel, Wolle, ABC-Schutzmaske. Hat sich schon gelohnt. Hat sich schon gelohnt. Die Sicherung ist natürlich auch cool. Aber Baseballschläger steht moderater Schaden. Und beim Bewährungsstab steht Ohrschaden. Aber Baseballschläger soll wohl besser sein. Naja, hab's noch nicht ausprobiert, ja. So, im Vergleich. Müssten wir mal so eine kleine Waffenstudie machen in Sheltert. Das wäre nochmal eine Aktion. Nein. Nein. Bitte nicht. Nicht wirklich. Nein, mach ich nicht. Mach ich nicht. Waffenstudie. Der Lumi hat ja auch einen Schuss. So, ein bisschen Rohr haben wir. Na, geht alles nicht. Nö, ist okay eigentlich so. Ist okay, passt. Jo. Alter. Ist das ein Bug oder muss das so? Das ist hier natürlich die Frage. Sachen liegen hier rum. Na toll. Bei einer Apotheke. Ah, Draht. Ah, guck mal. Und Antistrahlen hatten wir doch auch. Antibiotikum hatten wir mal zur Seite gelegt. Ja, ist auch okay. Und auch Valium und so. Würde ich, da würde ich jetzt nichts für opfern. Weil dieser Fernseher, der kann uns schon ganz gut was bringen. Wirklich. Hier, die Glühbirne geht noch. Ach, da kann man auch immer so viele auf einmal mitnehmen. Das ist schon cool. Alter. Die Kontamination, ja, guckt mal. Hier, schön. Ja, das geht relativ zügig jetzt. Schon mal ganz cool. So. Klappe zu. Mittelgroßes Haus, okay. Ja, Freunde. Wird wohl noch ein bisschen dauern mit dem Recyceln. Ich hoffe, dass es kein Bug ist. Hoffentlich sehen wir es in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Dein Lumi.